Wie ist der Fahrrad-Händler für die Fahrrad-Händler? Im Straßenverkehr sollte ich natürlich die Regeln kennen. Das heißt, ich muss wissen, wo darf ich mit meinem Fahrrad und dann auch mit dem Pedelec eigentlich fahren. Muss ich den Radweg benutzen oder auf der Straße fahren? Dann ist es wichtig, dass ich nur mit angemessener Geschwindigkeit fahren sollte. Wir als Polizeibeamte nehmen Verkehrsunfälle auf und wissen, wie wichtig es ist, dass man die Geschwindigkeit immer den Situationen anpassen sollte. Und zum guter Letzt würde ich sagen, ein sicheres Fahrradschloss, damit das Fahrrad nicht gestohlen wird, wenn ich es vernünftig anschließe. Und zum guter Letzt würde ich sagen, ein sicheres Fahrrad-Händler. Und zum guter Letzt würde ich sagen, ein sicheres Fahrrad.